Figure 4 Flow, wir sind wieder in unserem 90-90 Setup, nochmal zur Wiederholung, 90 Grad Winkel, Hüfte, Kniegelenk, auch Sprunggelenk, vorne und hinten, wie schaut die Übung aus? Aufrechter Oberkörper, hinteres Bein bewegt vor, gestrecktes Bein halten, Hüftbeugung, Hüftflexion, nach hinten gehen, wenn ich nach hinten gehe, Knie berührt den Boden, der Fuß ist in der Luft, darf nicht den Boden berühren. Im Wechsel arbeiten, gerne abstützen, so wie ihr es jetzt macht, die Übung ist nicht so einfach, im Wechsel arbeiten und wir fordern unsere Hüfte, Hüftbeugung, Hüftinnen und Außenrotation. Ganz wichtig nochmal, aufrechter Oberkörper.